Lösungsorientierung bedeutet, klare Ziele zu formulieren und Wege zu finden, diese zu erreichen. Aus Optimismus und Akzeptanz ergibt sich die dritte Säule der Resilienz, die Lösungsorientierung. Wir Menschen konzentrieren uns gerne auf Probleme. Um eine Lösung zu finden, muss man sich aber oft gar nicht mit dem Problem auseinandersetzen. Resiliente Menschen lassen sich durch Probleme kaum aus der Ruhe bringen. Sie sehen darin eher eine Herausforderung. Anstatt sich zu fragen, warum trifft es ausgerechnet mich, fragen sie, jetzt hat es mich getroffen, was kann ich tun, um aus dieser Situation wieder gut herauszukommen? Konzentriere dich gleich auf Lösungswege. Mit einem klaren, sinnvollen Ziel vor Augen bleibst du handlungsfähig und kannst schwierige Situationen leichter meistern. So können Probleme zu positiven Chancen werden.